Als erstes muss ich die Werkstatt einmal umlackieren. Super gemacht, liebe Kollegin. Ja, Dankeschön. Ausgezeichnet. Es ist ja demnächst Fasching, wie du weißt, nächsten Dienstag, glaube ich schon. Weiß ich nicht. Frau Kollegin, Sie muss sich da kurz beim Flirten irgendwie stören, weil bei der ersten Wahrnehmung irgendwas er noch gemacht hat. Kein Flirt. So, ne, da stand halt, wie gesagt, an der Ecke. Jetzt wollte ich mal nichts verraten, sondern wir haben den Lob aussprechen, weil es echt gut gemacht hat. Ich bin mit der Anfrage, ich bin mit der Kretel gerade frei, kommen. Wie bitte? Mit der Kretel oder sowas? Nein, gar nicht. Kripo 3. Ah, nichts, oder was? Okay. Ja, Kripo 3, dann bitte, wenn es geht, Zufahrt 50.08 zu dem Verkehrsfall mit Personenschaden, bei Genaura. Ja, ich wollte da jetzt eigentlich ein Krapfen schenken, aber es ist gerade auffallen, ich habe gar keinen Einsteig. Das ist gerade ein bisschen peinlich. Das ist ja blöd, ne? Ja, das ist verstanden auf Zufahrt. Ja, das ist echt peinlich. Aber ich kann dir einen Quesi-Dealer schenken. Du begeisterst mich bitte. Geh, geh. Geh, geh. Geh, geh. Quesi-Dealer. Geh, geh. 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 Das ist die Autobahn, das ist mein Revier, ich gehe jetzt wieder in die Stadt. Ja gut, wenn es dein Revier ist, ist es auf deinem Pillar, gell? Ich habe schon gehört, dass die Frau Doktor PIX ist. Das interessiert mich nicht. Die Rosarige hat gesagt, du bist so schön aussehend. Du solltest dich mal wieder mit ihr treffen, gell? Die steht auf mich, ich weiß. Aber ich habe keine Zeit. Ich habe den Chatverlauf gesehen, wie du die geschrieben hast. Nein, ich habe mit der nie geschrieben. Du hast doch mehr Haare unten, als ich dachte. Ich habe von der nicht mal die Nummer. Also, ich bin dann mal wieder los. Alter!